hallo und herzlich willkommen auf einem kanal hier ist wieder euer stürme und heute mit einem neuen orakel hier und zwar spanien gegen schweden das könnte ein gutes spiel werden da werden wir mal sehen hier bei den schweden emil vorsberg bei den spaniern morata und so da bin ich mal gespannt ich habe hier wieder ein blister für euch das letzte morgen kommen noch zwei spiele also auch noch mal mit blistern morgen spielen die deutschen die deutschen gegen die franzosen und umgang gegen portugal kommt morgen noch ich muss gerade gucken auf meinem handy welche spiele morgen sind also frankreich deutschland wusste ich so die zählt hier natürlich nicht das ist nur eine limmi und zwar tiago von spanien wer sie jetzt hier drin gewesen hätte ich gesagt ja aber so ok zur seite mit dem booster einen kann ich schon mal nehmen hier so ich würde sagen wir starten in die erste halbzeit so ich würde sagen spanien gegen schweden die spanier gewinnen da würde ich sagen ein ich würde sagen ein 3 zu 2 wäre schön also viele tore aber man weiß es ja nicht wir werden es jetzt in meinem orakel sehen aber ob es natürlich so ausgeht wissen wir natürlich nicht ist ja nur ein orakel und wir starten hier mit schottland mit rein check oder mich in den ersten spanier mit ferran torres und das ist das 1 zu 0 jawoll dann haben wir hier portugal raphael goreiro dann haben wir die türkei sind wir für ungarn sicher haben wir kroatien barisic haben wir das österreichische trikot und die letzte karte ist italien keyplayer georginho jawoll jawoll ok ist ja hat ja schon mal gut angefangen ja erster booster und schon ein 1 zu 0 und wir kommen hier jetzt zum ende der ersten halbzeit so wartet mal ich muss hier erst mal alles richtig machen so wir haben hier für portugal ciao koncelo haben wir für wales am padu für die franzosen rabio haben wir für die schweiz hier im sommer für finland haben wir pro jampalo der ist verkehrt rum und wir haben hier natürlich in spanier resus navas als ferns favorit und das ist das 2 zu 0 und dann geht es weiter hier mit der türkei als power trio dem miral zellig und kabak und letzte karte ist schon wieder in spanien oha oha david rea das ist das 3 zu 0 hier als gold stopper hier als gold stopper oha was die beste erste halbzeit in einem moragel bei mir bei der em yes und da ist das die die erste halbzeit ist vorbei jawohl hier 3 0 hier für die spanier oha 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 das gegen schweden hm ok also 3 wenn jetzt die schweden noch zwei tore machen dann würde ich sagen wäre das ein schönes vorakel aber es können dann auch noch mehr tore fallen durch die spanier würde ich sagen wir starten direkt in die zweite halbzeit und los geht's so ziehen wir noch ein paar spanier oder kommen noch schweden hier mal schauen wir haben hier für kroatien brosovic dann haben wir für italien donnarumma dänemark was dann haben wir für österreich schlager slowenien rotakt und dann haben wir wieder spanier rossi gaya da ist das 4 zu 0 und dann geht es weiter hier mit einem ukrainer andre andre jamalenko als fans favorite und dann haben wir hier antonio rüdiger als der offensive rock für die deutschen ja so und der letzte booster hier in diesem oragel also es ist ja wohl ganz sicher dass jetzt hier in diesem oragel spanien gewinnt aber so hoch hätte ich jetzt nicht gedacht so zack drehen ok wir haben hier für die schweden augustinsson und das ist das 4 zu 1 und dann haben wir hier für die türken jazitschi jazitschi dann haben wir hier niederlande van de beck dann haben wir hier für schottland tierney dann haben wir hier nordmazedonien nestoro nestoro wo keine ahnung egal dann haben wir für dänemark brace weight vorletzte karte ist hier das trikot für die slowakei und dann haben wir hier noch für die tschechen ähm maestro und polici jolak oder wieder ausgesprochen und vitra jawoll und somit war es das für dieses oragel joa das oragel besagt dass das spiel hier 4 zu 1 ausgeht für spanien uha uha joa würde ich mitnehmen fünf tore in einem spiel wer würde das nicht äh gerne mitnehmen also könnte ein spannendes spiel werden joa da würde ich sagen haut herein morgen kommen 2 oragels kommen ja nur 2 spiele morgen da würde ich sagen haut herein äh haut herein und ciao